Wirdvoller als Gold ist er ein Wort, was ist ein Licht auf dem Lebensweg? Wie ein scharfes Schwert, das alles durchdringt, so wie Milch für jeden soll Glück, so wie Schnee und Regen vom Himmel fallen und dorthin. Niemals zurückkehren, so ist jedes Wort aus deinem Mund. Es geht niemals leer zu dir zurück. Dein Wort geht niemals leer zu dir zurück. Wirdvoller als Gold ist er ein Wort, was ist ein Licht auf dem Lebensweg? Wie ein scharfes Schwert, das alles durchdringt, so wie Milch für jeden soll Glück. Siehst du, jedes Haus ist auch festgebaut. Wenn die Stürmer kommen, hält es nie aus. Wer auf Gottes Wort baut, ist wie jedes Haus. Er hält die Stürmer seines Lebens aus. Er hält die Stürmer seines Lebens aus. Wie ein scharfes Schwert, das alles durchdringt, so wie Milch für jeden soll Glück. Das Wort ist ein Spiegel, der reflektiert und dich sehen lässt, so wie Gott dich sieht. Das Wort ist wie ein Samen und bringt neues Leben. Wenn es gesät wird, auf fruchtbaren Boden. 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 wenn es gesät wird, auf fruchtbare Boden. Wenn es gesät wird, auf fruchtbaren Boden. Wenn es gesät wird, auf fruchtbaren Boden. Wenn es gesät wird, auf fruchtaturen posters, Das heißt, wenn es gesät wird, wenn es gesät wird, auf fruchtbaren Boden. und sweeten Geistungen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Es geht niemals leer zu dir zurück, dein Wort geht niemals leer zu dir zurück.